Eine weite, unberührte Landschaft. Tiefschnee-hungrige Skifahrer. Und ein Hubschrauber. Heli-Skiing in Kanada. Mittendrin Christian Ladurna, ein Südtiroler, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Es ist wirklich eine weite, weite. Da ist niemand, das ist allein bei mir. Es gibt keine Strassen, es gibt keine Bergwerke, es gibt keine Bauern, es gibt gar niemand. Ein weisser Traum in Kanada. Die Reportage auf Reis Südtirol.